Gelungener Saisonstart. Die TSG gewinnt ihr Auftaktspiel zur neuen Bundesliga-Saison gegen Werder Bremen dank des Treffers von Andrej Kramaric mit 1 zu 0 und geht mit einem Erfolgserlebnis in die Vorbereitung auf Liverpool. So ein richtiger Arbeitssieg finde ich nicht, weil wir auch schön Fußball gespielt haben. Ich finde auch hochverdient. Natürlich war das Tor dann letztendlich ein bisschen glücklich, aber das ist auch ein bisschen symptomatisch für so ein Spiel, dass so ein Ding dann reinfliegen muss. Aber mit unglaublicher Disziplin, finde ich, gespielt in der zweiten Halbzeit gegen einen Gegner, der Betrieb eingestellt hatte, der in der zweiten und eigentlich nur noch kontern wollte. Da haben wir kein Gefälligen Konter zugelassen, was ja immer die Gefahr ist bei so einem Spiel und ich finde auch hochverdient gewonnen am Ende. Das war einfach ein starker Heimsieg und ich weiß auch, wie wichtig das ist mit dem ersten Heimspiel in der Bundesliga. Ich habe schon eine Torchance gehabt und die Tore war auch abgefälscht, aber trotzdem, das hat ein super Gefühl und gute Stimmung im Stadion und das war schon wichtig. Am Anfang ist es immer sehr, sehr wichtig, dass du gleich gut reinkommst. Haben wir eigentlich mit den ersten drei Spielen jeweils ein gutes Spiel abgeliefert und uns heute belohnt. Das ist für die Liga einfach sehr, sehr wichtig und das soll uns so jetzt weitertragen durch die Saison. Das war sehr wichtig zum Saisonauftakt. Letztes Jahr konnten wir keinen Sieg zum Start landen, deshalb sind die drei Punkte heute das Wichtigste. Klar, am Anfang seid ihr, die wechseln auf sechs Positionen und schonen irgendwelche Spieler, aber wir belohnen die anderen. Und natürlich, das habe ich vorher gesagt, wir müssen auch Belastung steuern, das ist ganz normal bei den Wettbewerben. Und wir haben auch das Selbstverständnis, dann Spieler reinzubringen, die ihre Sache genauso gut machen, wie die gegen Liverpool begonnen haben. Und ich habe auch gesagt, es sind zwei völlig unterschiedliche Wettbewerbe, die miteinander auch gar nichts zu tun haben und die für uns total wichtig sind. Die Bundesliga ist extrem wichtig für uns und da kann man auch als Spieler stolz sein, dass man heute hier in der Bundesliga gespielt hat. Das erste Spiel ist immer die Grundlage für die ganze Saison und jetzt haben wir drei Punkte auf ein Spiel, das ist schon 100 Prozent. Aber jetzt müssen wir einfach weiter gucken, jetzt kommt ein sehr wichtiges Spiel am Mittwoch und wir freuen uns alle darüber, dass wir rüber zum England fliegt und ein Feldspiel.